Parkplätze sind knapp. Um sicherzustellen, dass eine Berechtigung zum Parken vorliegt, bietet Witte SafeMark selbstklebende Lösungen an. Vignetten oder auch Hinterglasaufkleber werden in die Windschutzscheibe geklebt. Integrierte Sicherheitsmerkmale ermöglichen eine Überprüfung der Echtheit ohne Zerstörung. Im Zuge der Digitalisierung bietet Witte SafeMark Vignetten auch mit RFID-Technologie an. Einmal aufgeklebt lässt sich die Vignette nur durch Zerstörung wieder von der Scheibe lösen. Verschiedene Designs und das Einbringen variabler Daten sind problemlos möglich. Bei kleineren Mengen kann die Vignette mit einem lichtechten Permanentmarker beschriftet werden. Bei größeren Abnahmemengen ist der Thermotransferdrucker eine gute Alternative. Dazu bietet Witte SafeMark das komplette Druckerset aus einer Hand. Bitte SafeMark Vignetten